Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Nach der UFC Fight Night ist vor der UFC Fight Night. Heute gibt es die Preview für Derek Brunson vs. Kevin Holland. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, falls ihr das bei YouTube schaut. Oder auch eine iTunes Bewertung oder natürlich auch ein Follow bei Spotify. Die letzte Fight Night war Leon Edwards vs. Belal Muhammad. Jetzt haben wir eben Derek Brunson vs. Kevin Holland im Main Event. Und Kevin Holland ist einer der neuen Lieblinge von Dana White. 2020 war ein relativ schlechtes Jahr für viele. Aber es gab bei der UFC auch einige Gewinner. Denn ich bin mir sicher, in einem, ich nenne es mal, in einem normalen Jahr, hätte Kevin Holland vermutlich nicht diesen Spotlight bekommen, den er eben jetzt mit 2020 bekommen hat. Wir müssen verstehen, dass Kevin Holland letztes Jahr 5 Mal in der UFC gekämpft hat und 5 Mal gewonnen hat. Er hat im Mai gekämpft, im August, im September, im Oktober und nochmal im Dezember. Das ist eine wahnsinnige Arbeitsmoral. Und klar, genau diese Arbeitsmoral liebt natürlich auch UFC-Boss Dana White. Klar also, dass er seinen neuen Liebling, so hat ihn Dana White mal genannt, pushen möchte und ihn nun in das Main Event steigt. Und Kevin Holland hat auch wirklich sehr, sehr schön gewonnen. Er hat einen guten Knockout gegen Joaquin Buckley landen können. Er hat Jacare Sosa brutal ausgenockt. Also wirklich, da ging Jacare sehr, sehr böse K.O. Und das war auch so ein K.O., wo man gesagt hat, okay, vermutlich wird Jacare einer der Leute sein, die geschmissen werden von der UFC. Das war auch im Dezember. Das war bei UFC 256 für Geredo vs. Moreno. Damals hat man sich halt gesagt, okay, Jacare, mit dem ist es langsam vorbei. Aber mit Kevin Holland, da ging der Hype-Train immer, immer weiter nach oben. Topology hat ihn auf Nummer 4, das MMA-Fight of the Year 2020. Und auch ich hatte in einem meiner Kampfgeist-Videos gesagt, dass Kevin Holland definitiv nicht der Kämpfer des Jahres ist. Das war in meinen Augen immer noch Davison Figueredo, aber einer der Top-Kandidaten für diesen Titel. Klar, tolle Arbeitsmoral und sein Gegner, Derek Brunson, der möchte ihm jetzt aber mal wieder eine Niederlage einbringen. Derek Brunson haben wir das letzte Mal im August gesehen, damals gegen Edmund Shabazian. Und das war auch ein sehr, sehr spannender Fight. Denn wir hatten Edmund Shabazian, einer der Top-Rising-Stars. Ich meine, Ronda Rousey, ein Trainingspartner von ihm, hat gesagt, der Typ, das ist the next big thing. Der Typ wird wahnsinnig stark. Er ist noch sehr, sehr jung. Also Shabazian, nicht Derek Brunson. Und dort haben wir aber gesehen, dass Derek Brunson nach wie vor nicht zu unterschätzen ist. Schönes Striking, schönes Rippling. Und viele haben im Kopf noch diese Niederlage gegen Israel Adesanya. Dort wurde Derek Brunson in der ersten Runde ausgenockt. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dieser Adesanya-Fight war auch relativ spannend. Weil dort haben wir auch gesehen, dass Derek Brunson relativ vielschichtig ist. Er wollte ja auch auf den Boden, aber dort haben wir auch Adesanias starke Take-Down-Defense gesehen. Und das wird ein spannender Fight. Ich denke schon, dass Kevin Holland das Ganze machen kann. Der Typ hat Dampf in den Fäusten, kann auch etwas auf dem Boden, so ist es nicht. Auf der anderen Seite ist Derek Brunson der größere Veteran und hat auch die größeren Namen gekämpft. Klar, Liotto Machida, Anderson Silva, Robert Whittaker, Israel Adesanya, das sind die ehemaligen Gegner. Joel Romero lese ich gerade. Also das sind die ehemaligen Gegner von einem Derek Brunson. Ich muss auch zugeben, gegen die hat er auch alle verloren. Also Romero-Niederlage, Whittaker-Niederlage, Silva, Jacare und Adesanya, gegen die hat er alle verloren. Aber der Typ ist ein Veteran, der Typ hat Ahnung, der Typ ist wahnsinnig, wahnsinnig versiert vor allem. Da trifft Erfahrung auf Rising Star. Ich denke, nichtsdestotrotz, dass Kevin Holland, der Trailblazer, Big Mouth Kevin Holland, diesen Fight machen kann. Im Koma-Invent haben wir Gregor Gillespie versus Brad Riddle. Gillespie, ein Teil seiner Eltern kommt aus Deutschland. Viele fragen sich immer, warum hat er in seiner Insta-Bio eine Deutschlandfahne? Er ist zum Teil Deutscher, was viele gar nicht auf dem Schirm haben in Deutschland. Gillespie, ein solider Fighter, sehr, sehr, sehr böse K.O. gegangen, aber gegen Kevin Lee. Brad Riddle auf der anderen Seite ist auch schon, ja, ein durchwachsener Kämpfer. Also ich denke, dass Gillespie das macht. Ich sehe in ihm mehr Potenzial im Lightweight, als bei Brad Riddle. Dann haben wir ebenfalls Taitui Vasa, was ist Dawntail Maze. Ein solider Fight im Heavyweight und ansonsten gibt es jetzt nicht die größten Kracher. Aber es wird eine solide Fight Night, Samstag auf Sonntag. Ihr kennt das Ganze schon und deshalb bin ich auf eure Meinung gespannt. Schreibt es mir unten rein, lasst eure Prognosen mir zukommen. Ich denke, Kevin Holland macht das Main Event und Gregor Gillespie macht das Co-Main Event. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht es gut. Bis dahin, macht es gut.